Puh, das ist gerade schwer. Es wirklich so geschafft zu haben. Perfektes Wetter, muss ich sagen. Im ganzen Monat so gutes Wetter zu haben. Alles passt. Nichts vergessen, nichts verloren. Die perfekte Radreise. Da ist endlich die Sonne. Da kommt das gute Wetter. Tschüss Slowenien, herzlich willkommen in Kroatien. vor allem schon, werde ich brennere Termin. Boah, also wow, jetzt wird es richtig krass. Es ist wirklich so toll, wie es aussieht. Ich zieh noch in Grenzen, aber wunderschön. Ich hasse Lamsan-Kroatien, aber richtig. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Auf Wiedersehen, euer Flachenratter Thorsten. Da ist sie hin. Da ist sie.